Russland hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 19 ukrainische Drohnen über der Halbinsel Krim und dem Schwarzen Meer abgeschossen. Diese Bilder aus sozialen Medien sollen die Angriffe zeigen. Weitere Drohnen seien in drei anderen Regionen des Landes abgewährt worden. Das gab das russische Verteidigungsministerium in Moskau über Telegram bekannt. Vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive haben die Drohnenangriffe auch von Russland besetzte Ziele in der Ukraine in den vergangenen Wochen zugenommen. Doch auch die russische Hauptstadt Moskau ist immer wieder das Ziel.